Hallo liebe Motorsportmagazin.com, Freunde und MotoGP Freaks Qualifying Samstag in Mugello und der wurde überschattet von einem schweren Unfall in der Moto3. Jason Dupasquier ist am Ende des Qualifyings gestürzt, damit wollen wir heute beginnen. Er ist gestürzt, wurde vom nachfolgenden Fahrer getroffen, wurde dann lange Zeit an der Unfallstelle versorgt, dann ging es mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus von Florenz. Wir wissen aktuell nichts genaueres, wir wissen nur, er ist in sehr ernstem Zustand, das hat man uns verraten. Mehr können wir dazu und wollen wir dazu aktuell nicht sagen, wir wollen nicht herumspekulieren. Wenn ihr Informationen zum Gesundheitszustand von Jason Dupasquier wollt, am besten auf motorsportmagazin.com reinklicken, wenn ihr unsere App habt, bekommt ihr natürlich auch eine Push-Benachrichtigung, wenn wir was Neues wissen und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und drücken dem jungen Schweizer die Daumen, dass das alles gut ausgeht. Kommen wir nun zum Sportlichen und dabei im Qualifying der MotoGP eine ganz große Aufrege an diesem Samstag schon in Q1 und nicht im entscheidenden Q2 zu sehen. Und zwar gab es da das große Duell, den großen Showdown Marc Marquez gegen Mary Quiniales. Die beiden sind in Q1 gestanden, Mary Quiniales in erster Linie deshalb, weil er im FP3 in der Schlussphase einen Sturz hatte, deshalb aus dem Top 10 gerutscht ist. Die Pace und das Speed von Vinales war eigentlich das ganze Wochenende über gut. Bei Marc Marquez war es so, dass er das ganze Wochenende über schon nicht wirklich in Form war, in den Trainings die Plätze 16, 12, 12 und 17 geholt hat. Also da fehlt es aktuell definitiv an Pace und auch an Speed. Er hat uns das erklärt, es fehlt ihm aktuell einfach an Kraft und an Gefühl auch in der rechten Schulter. Das ist ja der Arm, den er sich gebrochen hatte und die Schulter wurde ja zuvor schon operiert. Das funktioniert aktuell einfach nicht so, wie er sich das wünscht und auf einer extrem fordernden, körperlich extrem fordernden Strecke wie Macella macht ihm das jetzt natürlich mächtig zu schaffen. Somit war die Ausgangslage klar, Mary Quiniales war eigentlich der große Favorit in Q1 und Marc Marquez wusste selbst von sich aus, hat er eigentlich nicht den Speed, um den Einzug in Q2 zu schaffen. Deshalb hat er das gemacht, was wir in letzter Zeit relativ oft von ihm sehen oder gesehen haben und zwar er hat sich das Vorderrad des schnellsten Mannes, in diesem Fall Mary Quiniales, das Hinterrad des schnellsten Mannes, in diesem Fall Mary Quiniales geschnappt und hat sich da drangehängt. Mary Quiniales hat das gar nicht geschmeckt, der hat ein bisschen rumgepokert dann quasi, ist dann diesen Abschneider, den es der Mugello gibt, wo man die halbe Runde quasi auslassen kann und direkt wieder in die Box zurückkommen kann, ist diesen Abschneider gefahren, Marc Marquez ist ihm dorthin gefolgt. Vinales war ziemlich sauer, hat er rumgestikuliert, das Ganze hat sich insgesamt fast über zwei Runden so gezogen. Mary Quiniales musste schlussendlich durchziehen, weil der brauchte eben die Zeit, um den Einzug ins Q2 zu schaffen. Im Endeffekt ist es so gelaufen, Marc Marquez hat hinter Mary Quiniales die Bestzeit geholt, hat den Aufstieg in Q2 geschafft und Mary Quiniales ist das nicht gelungen, der wurde hinter Alexis Bagro nur Dritter, ausgeschieden somit in Q1 und startet am Sonntag nur von Startplatz 13. Die Wut der Ärger war Mary Quiniales ganz klar anzusehen, wir waren da schon sehr gespannt auf seine Medienrunde am späteren Nachmittag, da hat er sich aber vermutlich bewusst sehr zurückgehalten, wollte glaube ich Marc Marquez dann nicht zeigen, dass er es geschafft hat, da in seinen Kopf reinzukommen, hat dazu nur gesagt, ich kann dazu keinen Kommentar abgeben, ich war einfach nicht schnell genug heute. Bisschen anders klangen da die Worte seines Teamchefs Massimo Mary Gali, der direkt nach dem Qualifying folgendes gesagt hat. Es sieht so aus, als würde es Marc Marquez schon besser gehen, denn er verhält sich wieder so, wie wir das gewohnt sind. Ich will gar nicht aussprechen, was ich denke. Ich hoffe, dass die Rennleitung eingreifen wird, denn dieses Verhalten ist nicht fair. Dazu muss man sagen, kleine Kritik an Massimo Mary Gali, den ich eigentlich sehr schätze, die Rennleitung in dem Sinn kann jetzt nicht wirklich eingreifen, denn Strafen, worauf Mary Gali vermutlich anspielt, die müssen immer noch die MotoGP-Stewards aussprechen. Aber grundsätzlich der Tenor auch und den Fahrerkollegen, der geht in die Richtung, die da auch Massimo Mary Gali eingeschlagen hat. VB Cortaro hat gemeint, es war grenzwertig, was Marc Marquez gemacht hat und Becker Banjaya hat gesagt, es ist eigenartig, so etwas in der MotoGP zu sehen. Banjaya selbst wurde im Qualifying in Q2 dann auch von einer ganzen Meute von Fahrern verfolgt. Im ersten Run waren es vier Leute hinter ihm, im zweiten Run sogar sechs Leute und er hat dann generell zu diesen Taktik-Spielchen gemeint, es ist nicht korrekt, es ist nicht fair und es ist auch nicht sicher. Also da gab es dieses Wochenende auch am Freitag schon mächtig Stunk, weil eben viele Fahrer in Mugello da versuchen irgendwie den Windschatten und nicht den Windschatten, sondern auch die Referenz eines vorausfahrenden Fahrers zu finden auf einer sehr komplexen, sehr langen Strecke wie Mugello bringt das eben noch mal mehr als auf anderen Rennstrecken. Im Endeffekt ist es so, Marc Marquez hat den Aufstieg geschafft und ist dann nach dem Qualifying, wo dann alle Fahrer zu den TV-Interviews gehen, ist er auf Meli Kuniales getroffen und wie es Marc Marquez verraten hat, hat er sich dort auch bei Vinales entschuldigt, denn er meinte selbst, es ist ihm klar, es war nicht wirklich fair, aber, seine eigene Aussage, er hatte keine eigene Chance, weil ihm einfach das Beat gefehlt hat. Das ist das Statement von Marc Marquez zu dieser Situation. Kommen wir nun von diesem kleinen psychologischen Kleinkrieg zum wahren Kampf um den Sieg und der findet vermutlich wieder mal zwischen Yamaha und Ducati statt Polsitter ist Fabio Quartararo, der hat sich die Pol geholt, dahinter steht Becker Bagnaya, auf drei steht Joan Sarko und auf Platz 5 hinter Leyes Spargaro steht Jack Miller, also die Ducati Amara Lauata quasi hinter Fabio Quartararo. Jetzt stellt sich die Frage, Fabio Quartararo hat die Pole Position geholt mit einer neuen Rekordzeit, der war auch in FP4 super schnell unterwegs, hat eine herfolgende Pace gezeigt, unglaubliche Konstanz in seinen Runden. Das müsste man meinen, ist Fabio Quartararo vielleicht der Favorit auf den Sieg, aber ganz so kann man das eigentlich nicht sehen, denn eine schnelle Runde oder auch schnelle Runden in Serie, wenn man alleine fährt, ist ganz was anderes als dann das Rennen selbst, vor allem in Mugello, wo es eben diese lange Stadt Zielgerade gibt, wo vor allem der Topspeed besonders wichtig ist. Und da ist es nach wie vor so, dass Yamaha doch deutlich hinterherhinkt, vor allem hinter Ducati, aber auch hinter den KTM, die wir später noch zu sprechen kommen, die auch in diesem Wochenende extrem stark sind. Brett Binder hat mit 362,4 kmh den Topspeed Rekord von Joan Sarko aus Katar eingestellt. Schauen wir uns mal die Topspeed Werte der drei Ducatis, die da vorne stehen und von Quartararo im Vergleich dazu an. Wir nehmen da das FP4 her und da den Mittelwert aus den fünf besten Topspeeds, um da einen wirklich realistischen Eindruck zu erhalten und nicht irgendwelche Ausreise, die durch Windschatten etc. bedingt sind. Und da kommen wir auf folgende Werte. Joan Sarko, der hat im Schnitt 353,4 kmh erreicht, Jack Miller 352,7 kmh, Becker-Bagnaya 350,1 kmh und Fabio Quartararo im Vergleich dazu nur 344,7 kmh. Da sind wir jetzt bei ungefähr fünf bis neun kmh, die da fehlen. Da muss man aber zusagen, dass Becker-Bagnaya da eigentlich immer alleine gefahren ist. Also wahrscheinlich sind so die acht bis neun kmh, die Miller und Sarko da voraus waren, das ist wahrscheinlich eher der realistischere Abstand, als diese ungefähr fünf kmh, die da auf Miller gefehlt haben. Also acht bis neun kmh, die Yamaha hat auf der Start-Zielgeraden fehlen. Das ist eine Menge Holz. Dementsprechend wird es sehr, sehr schwierig werden für Fabio Quartararo, sich da vor den Ducatis zu halten, denn um diese acht bis neun kmh auf der Geraden und da vorne zu bleiben, da muss man schon über die Runde einige zehntel Sekunden herausfahren. Und das war jetzt in diesem Wochenende bislang nicht zu sehen. Also das Feld, wie gewohnt in den letzten Jahren, sehr eng beisammen. Also wenn Fabio Quartararo tatsächlich der Sieg gelingt im Mugello, dann ist das wirklich ein Meisterwerk von ihnen, denn gegen die Ducatis da zu bestehen, das wird ganz, ganz schwierig. Wie versprochen kommen wir zum Abschluss noch kurz auf KTM zu sprechen. Wir haben im Mugello eigentlich das bislang mit Abstand beste Rennwoche Ende dieser Saison. Bei KTM ist man ja mit großen Erwartungen ins Jahr gegangen, nachdem man im Vorjahr 2020 noch drei Rennen gewinnen konnte. Das letzte davon in Portimao durch Miguel Oliveira wirklich in beeindruckender Manier, aber in dieser Saison ist es bis jetzt noch nicht so wirklich gut gelaufen für KTM. Das scheint sich jetzt aber ein bisschen zu wenden. Man hat bei den Testfahrten nach Charest einen neuen Rahmen ausprobiert, ein neues Chassis ausprobiert, das jetzt in Mugello zum Einsatz kommt und das scheint einiges zu bringen. Das ermöglicht es den Fahrern, vor allem aus den Kurven besser raus zu beschleunigen, das Motor früh auszurichten, mehr Drive einfach zu generieren aus den Kurven raus. Und das macht sich vor allem auch in Mugello aus dieser lang gezogenen letzten Kurve bemerkbar und zeigt sich somit eben im großartigen Topspeed 362,4 kmh, wie schon angesprochen von Brad Binder, aber auch Miguel Oliveira sehr, sehr schnell auf der Geraden. Das macht sich da bemerkbar. Und ganz interessant, was die KTM-Piloten gemeint haben. Angeblich hat man da auch einen neuen Sprit in Verwendung, der offensichtlich auch ein bisschen mehr Motorleistung da aus der KTM RC16 rauskitzelt. Haben wir so in dieser Form in den letzten Jahren in der MotoGP eigentlich auch nie mehr gehört. Fakt ist, Brad Binder steht auf 6, Oliveira steht auf 7. Das ist eine sehr gute Ausgangslage für das Rennen und eben, wie gesagt, mit diesem Topspeed. Da gilt Ähnliches für die KTM wie für die Ducatis. Da kann man eben auf der Geraden relativ leicht Positionen gut machen oder gewinnen im Vergleich zu den Yamaha oder zu den Suzuki, die da eben einige kmh auf der Geraden verlieren. Also es braut sich da ein wirklich spannendes Rennen für Sonntag zusammen mit, ich würde sagen, vier Herstellern, die da auf jeden Fall um die ersten Plätze mitkämpfen können. Yamaha, Ducati, Suzuki und KTM. Das war's von einem sportlich sehr aufregenden, aber emotional durchaus schwierigen Qualifying Samstag als Mugello. Wie gesagt, Daumen drücken für Jason de Basquiat, dass da alles gut geht und dass wir den sympathischen Schweizer bald wiedersehen. Das war's für heute. Servus. Ciao.